Musik 1986 habe ich als einer der ersten beiden Azubis bei der Firma Flux begonnen. Wir als Ausbilder möchten, dass unsere Azubis einen guten Teamgeist entwickeln und Spaß in ihrer Ausbildung haben. Gemeinsam machen wir mit unseren Azubis verschiedene Projekte, wie zum Beispiel einen Kreativraum für Besprechungen oder einen Firmengarten für die Mittagspause. Gemeinsam als Azubis machen wir jedes Jahr einen Ausflug. Ich liebe es, mich täglich anderen Herausforderungen zu stellen. Über meinen Schatten zu springen und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Sieben Monate unserer Grundausbildung verbringen wir im AZE im Ausbildungszentrum in Sternenfels. Worms komme ich gerne zur Arbeit und freue mich auf meinen heutigen Tag. Ich liebe es, als Fachinformatiker meinen Kollegen zu helfen. Keine Strecke, dich bei Flux zu bewerben. Bisschen ein Tarif für Bundesunternehmen. Wir haben eine 35-Stunden-Woche. Wir bekommen Sonnabzeigen, Urlaub und Weihnachtsgeld. Wir haben 30 Tage Urlaub. Du hast die Chance auch von einem oder welches Auslandspraktikum. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich unter personal.flux-pumpen.de oder am Talwegzelt in 75433 in Malbron. Untertitelung des ZDF, 2020